Also die Gitarre, gar nicht, nein. Können Sie von vorne raus? Ah, jetzt kommt sie. Du kannst mir die Stimme sogar noch ein bisschen Leute geben auf dem Monitor. Nichts? Bäh! Jetzt haben wir was auf der Frage, ich weiß, was ich, du bist du immer wieder? Oh, ich bin jetzt mit der Pflege. Wie geht es bei der Pflege? Weil ich jetzt natürlich auch die Pflege und verleuterte da sind, ich bin so gut, ich bin so, dass ich die Pflege. Ich freue mich für den Herdmann. Das ist geil. Hallo, mein Name ist der Bastio und ich bin noch im Backstage jetzt. Heute habe ich einen specialen Guest und er ist ein sehr darantierter Musiker. Also bitte, ein riesen Applaus für Niklas! Und ich will nur sing this song for you to show you I'm pressed against this wall. Und I'm still waiting, waiting for your call. Und I'm still waiting, I'm waiting for your call. Und I'm still waiting. Und ich will nur sing this song. Und ich will nur sing this song.